Kali-El Kali-El gilt als Hilfsengel, wenn man in misslichen Situationen ist. Wenn du in Schwierigkeiten bist, dann kannst du dich an Gott wenden oder an die Engel Gottes. Und Kali-El ist dann die Kraft, die göttliche Kraft, die manchmal kommt, wenn man in Not ist und ganz plötzlich Hilfe bekommt. Man kann sagen, die göttliche Kraft, die plötzlich schwierige Situationen zum Besseren wendet, ist Kali-El. Kali-El wird manchmal auch als weiblicher Cherub bezeichnet, C-H-E-R-U-B. Und dann ist Kali-El eine der Bewacherinnen der Unterwelt. Kali-El ist auch der Engel des Tierkreiszeichens Zwillinge.